Das Bild geht mir echt nicht mehr aus dem Kopf. Der Regenwald brennt. Und hunderte Quadratkilometer am Amazonas sind verloren. Mit allem, was dazu gehört. Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Aber auch in Köln werden tagtäglich Flächen versiegelt und so der Lebensraum von Insekten, Vögeln und kleinen Säugetieren vernichtet. So schrumpft die biologische Vielfalt auch vor unserer Haustür. Tag für Tag. Ziel Nummer 15 kümmert sich deshalb um den Erhalt von Wäldern und der biologischen Vielfalt. Denn besonders in unserer großen und engen Stadt sind Grünflächen total wichtig. Insbesondere im Sommer, wenn sich alles aufheizt. Morgen gehe ich übrigens zu einer Kundgebung zum Erhalt der Gläuler Wiese im Grüngürtel. Ich finde es total wichtig, demonstrieren zu gehen.